Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, Jippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer ist erster beim Kürbis? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis. Ich bin die Schnellste. Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Oh je, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa, jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt wo der Kürbis kaputt ist, können wir einen Kuchen daraus backen. Au ja, Kürbiskuchen. Und weil Papas Kürbis so ein dicker Otto ist, wird es auch bestimmt genug Kuchen für alle geben. Hurra! Peppa mag Geheimnisse. Mama, keiner kann mein Geheimnis erraten. Oh, was hat denn Schorsch da? Er hat auch eine Schachtel bekommen. Für seine geheimen Sachen. Nur Schorsch weiß, was drin ist. Oh. Peppa möchte gern wissen, was Schorsch in seiner Schachtel versteckt. Bestimmt hat Schorsch da ein Dino in der Schachtel. Nein. Schorsch hat keinen Dinosaurier in seiner Schachtel? Es ist zu schwierig. Ich komme nie drauf. Jetzt findet Peppa Geheimnisse nicht mehr so toll. Vielleicht, wenn du, Schorsch, etwas von dir zeigst, dann zeigt er dir bestimmt etwas von sich. Okay. Aber wir müssen es gleichzeitig tun. Eine gute Idee. Ich zähle bis drei und dann holt ihr etwas heraus. Fertig? Ja. Eins, zwei, drei. Schorsch zeigt eine Trommel und Peppa eine Trompete. Wunderbar. Ja, das klingt sehr schön. Habt ihr noch mehr geheime Dinge? Kringel? Schorsch hat einen Kringelkeks. Oh. Aber Peppas Schachtel ist leer. Ich hab nichts mehr drin. Aber ich habe etwas. Los, kommt, greift zu. Schorsch, Peppa, Mama und Papa Wutz mögen Kringelkekse unheimlich gerne. Ich hab keine Geheimschachtel. Aber ich weiß ein gutes Versteck für meinen Kekskringel. Könnt ihr's erraten? Hm, ist das Versteck vielleicht der Kühlschrank? Nein, es ist ein geheimer Ort. Mein Bauch. Mein Geheimversteck ist mein geheimer Bauch. Meins auch. Ähm, ja. Vorsicht, da ist eine Matschepfütze. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum. Können wir da reinhüpfen? Ja. Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig. Oh. Abstand halten, bitte. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ich weiß schon, was ich tue. Sei vorsichtig. Nur noch ein bisschen weiter, Papa. Papa Wutz, du bist viel zu schwer für den Ast. Unsinn. Ich weiß genau, wie schwer ich bin. Pah. Hurra. Papa Wutz hat den Drachen befreit. Oh je. Was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Zum Glück hat Papa Wutz sich nicht verletzt. Und der Drachen ist auch heil. Hurra. Mama, können wir jetzt nicht doch in der Matschepampe rumhüpfen? Ja, da habt ihr recht. Schmutziger könnt ihr wohl kaum werden. Und ich weiß auch schon, wer euch nachher wieder sauber macht. Oh. Peppa und Schorsch lieben Matschepfitzen. Und Mama und Papa genauso. Was für ein schöner Tag. Matschepfitzen machen mindestens genauso viel Spaß, wie einen Drachen steigen zu lassen. Ihr habt's doch gehört. Es gibt kein Brot mehr. Mama, es gibt doch noch Erdbeertorte. Na, wenn davon etwas übrig bleibt, kriegen es die Enten. Alle haben Heißhunger auf den Erdbeerkuchen von Mama Wutz. Ih, eine Wespe. Ich hasse Wespen. Riecht dich nicht auf, Mama Wutz. Ist ja nur eine kleine Wespe. Geh weg, du Wespe. Jetzt halt still, Mama Wutz. Dann fliegt sie weg. Siehst du? Man muss nur still halten. Äh, geh weg. Hau ab. Hey. Hilfe. Geh weg, du. Ich hoffe, die Wespe sticht Papa nicht. Oh, geh weg, du widerliches Ding. Niemals. Papa Wutz rennt viel zu schnell für die Wespe. Los, kommt. Wir essen. Bevor die Wespe zurückkommt. Oh nein, ich hab die Enten ja ganz vergessen. Ich glaub, sie ist weg. Du hast ja gesagt, du wolltest Sport treiben, Papa Wutz. Und ich hab's dir nicht geglaubt. Glück gehabt, dass ich meinen Kuchen nicht verloren habe. Halt, Papa. Die Enten haben noch gar nichts bekommen. Oh. Ihr habt vielleicht ein Glück. Sag danke zu Papa Wutz. Ach, keine Ursache. Es wird Zeit, dass wir fahren. Sag den Enten auf Wiedersehen. Bis bald, Enten. Auf Wiedersehen. Das Akkordeon ist wirklich sehr schwer zu spielen. Papa. Welche anderen Instrumente sind da noch drin? Dieses Horn. Darf ich mal? Du musst feste pusten. Das klingt nicht so gut. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich konnte mal drauf spielen. Na, das klingt auch nicht besser. Ho, ho, ho. Dafür muss man wohl schon so stark und groß sein wie ich. Also, das klingt überhaupt nicht gut. Peppa hat recht. Es geht wirklich überhaupt nicht. Macht nichts, Papa Wutz. Spiel weiter, Akkordeon. Das machst du wunderbar. Ho, ho. Na ja, ich spiele es ganz gut. Auch wenn es eingebildet klingt. Und ich spiele meine Geige. Und ich spiele Trommel. Mama Wutz spielt Geige. Papa Wutz spielt Akkordeon. Peppa trommelt. Und Schorsch, was soll er spielen? Schorsch bläst das Horn. Mama hat's nicht geschafft. Und Papa hat's auch nicht geschafft. Nicht mal ich konnte das spielen. Aber Schorsch, der kriegt das hin. Oh. Oh. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa, und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut, das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Ich weiß nicht. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch. Warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Hm, Frösche sind weder wunderschön noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Hm, spielen Frösche mit Puppen? Hohoho, aber Peppa, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Genau, Frösche hüpfen ja auch gerne Matsch herum. Los, Schorsch. Wir spielen Frosch. Jetzt sind wir Frösche. Jetzt sind wir Frösche. Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen. Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Ich hoffe, du trägst nicht deine besten Anziehsachen bei dieser Schmutzarbeit. Ich will jetzt auch mal so laut grunzen. Eiscreme für alle. Eiscreme? Peppa, Schorsch, zieht die dreckigen Klamotten aus, bevor ihr esst. Ich bin Mama und das ist Papa. Bist du sicher? Ja. Und wo sind Peppa und Schorsch? Weiß ich nicht. Oh, zu schade. Ich habe nämlich ihr Lieblingseis gekauft. Aber wenn sie nicht da sind, dann... Hier sind wir. Peppa, Schorsch, da seid ihr ja. Ja, Mama. Wir haben uns doch nur verkleidet. Da habt ihr uns wohl reingelegt. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaft gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfitzen. Wirklich, alle springen gerne durch Matschepfitzen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Jippie. Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo, Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeige ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Pau, Pau. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon. Hurra. Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oh, oh, oh. Ja, ja. Was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh, je. Ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Dann nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So. Wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Ho, ho. Nein. Es ist ein... Sousia. Das stimmt. Ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Rrrr. Sousia. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Papa Wutz, Peppa und Schorsch schmücken das Wohnzimmer. Oma und Opa Wutz kommen, um Mama Wutz zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Kommst du nicht mit uns rein? Oh, ich darf noch nicht. Papa Wutz, Peppa und Schorsch haben noch geheimnisvolle Dinge zu tun. Wie aufregend. Bis später. Tschüss. Mami, willst du nicht mal langsam hereinkommen? Ja, unbedingt. Schließ die Augen. Aber nicht heimlich blinzeln, Mama. Eins, zwei, drei. Öffne die Augen. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Was für eine schöne Überraschung. Blas die Kerzen aus und wünsch dir etwas. Mami, Mami, pack dein Geschenk aus. Weißt du, was es ist? Nein, kein Schimmer. Sieh schnell nach. Welch ein wunderschönes Kleid. Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Nun müssen wir aber auch noch fein ausgehen. Was ist das? Zwei Theaterkarten für heute Abend. Dankeschön. Mama Wutz geht sehr gerne ins Theater. Und Oma Wutz und ich passen so lange auf eure lieben Kinderchen auf. Hurra. Was für ein super Geburtstag. Ich bin die glücklichste Mama auf der ganzen Welt. Und die allerschönste. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Pepper schläft tief und fest. Hallo Pepper. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank Pepper. Schlaf gut. Schorsch. Peppa, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich habe doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Pepper. Die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra. Du hast also doch geschlafen, oder? Ähm, also vielleicht. Aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Hahaha. Keine Ahnung. Mal sehen. Hahaha. 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 Ich mag dieses neue Auto. Behalten wir es? Nein, wir behalten es nicht, Pepper. Wir haben es nur für heute ausgeliehen. Oh. Oh nein. Ich glaube, es gibt Regen. Ja, schnell das Verdeck zu. Aber welcher ist der Verdeck-Zuschalter? Biiiii. Upp, Fehlanzeige. Aha, das muss der Schalter sein. Das neue blaue Auto hat Papa Wutz nass gespritzt. Dumbar Papa, das ist nicht das Verdeck. Der Schalter. Ups, wieder falsch. Der Schalter. Hilfe! Oh je, wo ist bloß der richtige Schalter? Ich glaube, das Auto mag mich nicht. Versuchen wir den roten Schalter. Hurra. Hurra. Aber jetzt regnet es nicht mehr. Können wir das Dach wieder aufmachen? Ähm, ja. Welcher Schalter war es noch? Der rote war es. Hurra. Hahaha. Hahaha. Psch, psch. Opa Wuff hat das Auto repariert. Euer Auto ist fertig. Wuff. Hurra. Danke dir, Opa Wuff. Behalte den Rest. Vielen Dank, Papa Wutz. Wuff, wuff. Gute Fahrt. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Ah, unser altes Auto ist doch das Beste. Ich mochte das Neue, aber unser altes Auto mag ich lieber. Und ich glaube, unser altes Auto mag uns. Nicht wahr? Hehehe. 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 Der Pirat hat eine schöne Handschrift. Ich kann es jedenfalls nicht lesen. Da steht deutlich geschrieben, Folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen? Pfff. Schorsch hat den zweiten Hinweis gefunden. Pfeile aus Stöcken gelegt. Guck, sie zeigen da lang. Hehehe. Hehehe. Peppa und Schorsch folgen den Pfeilen. Hehehe. 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 Guck, Schorsch, ein Schlüssel. Peppa hat den nächsten Hinweis gefunden. Einen Schlüssel. Fein gemacht, Peppa. Hehehe. Hehehe. Die Schatzkiste finden, die dazu gehört. Aber ich weiß doch nicht, wo. Schau doch mal auf die Schatzkarte. Guck mal, Peppa. Hier sind zwei Apfelbäume dargestellt. Hier ist ein Apfelbaum. Und da ist noch ein Apfelbaum. Also liegt der Piratenschatz hier. Sehen wir nach. Oh je, hier scheint aber nichts zu sein. Halt, Stopp. Da ist doch etwas. Boah, ein Schatz. Hurra. Gut gemacht. Ich hab den passenden Schlüssel. Wow, ich fass es nicht. Goldtaler. Die sind ein Vermögen wert. Viel mehr als das. Das sind keine Goldtaler. Es sind Schokotaler. Und hier ist ein Schokoladentaler für jeden von uns. Hurra. Peppa und Schorsch lieben Schokotaler. Alle lieben Schokotaler. Oma, Opa, das ist die beste Schatzsuche von allen. Ich muss im Bett bleiben. Dr. Braunbär hat mir Medizin gegeben. Die schmeckte ganz ekelhaft. Ich komme gleich vorbei. Ich zieh nur noch meine Schwester und Sachen an. Luzi Locke besucht die kranke Peppa. Sie trägt ihr Krankenschwesterkostüm. Klausi, Clef und Luisa Löffel sind mitgekommen. Hallo, Peppa. Hallo. Wie geht es dir? Nicht so besonders gut. Ich muss im Bett bleiben. Wie können wir dir denn helfen? Bringt ihr mir ein Gläschen Limo? Ja, gern. So langsam genießt Peppa das Kranksein. Dankeschön, Luzi. Geht es dir schon etwas besser? Ein kleines bisschen. Klausi, fragst du meine Mama, ob ich Eis kriege? Und Luisa, bringst du mir ein paar Blumen aus unserem Garten? Dr. Braunbär ist da, um noch Peppa zu sehen. Ah, gut. Die Krankenschwester ist da. Wie geht's der Patientin? Äh, ich bin keine echte Schwester. Wir tun nur so. Verstehe. Soll ich mir denn mal die Patientin ansehen? Ja, bitte. Sehr schön. Die roten Punkte alle fort. Du bist nicht mehr krank. Auch kein kleines bisschen. Was meinst du? Also, ich glaube, ich bin noch nicht richtig gesund. Hm. Ich spiel jetzt ein bisschen Ball draußen im Garten. Wer will mitspielen? Ich, ich, ich. Ich auch. Ho, ho, ho. Dummer Lütchen. Patient vollständig genießt. Oh. Jetzt braucht er Arme und Augen und einen Mund. Schorsch hat Stöcke für die Schneemann Arme gefunden. Peppa hat Steine für die Schneemann Augen und den Mund gefunden. Jetzt das Gesicht. Jetzt fehlt nur noch eine Nase. Peppa hat eine Möhre als Nase für den Schneemann geholt. Der Schneemann sieht sehr zufrieden aus. Ihm ist höchstens ein bisschen kalt. Dem Schneemann ist zu kalt. Ich glaube, er friert. Schorsch hat Anziehsachen geholt. Die halten den Schneemann schön warm. Jetzt trägt der Schneemann Mütze, Schal und Handschuhe. Mama und Papa, schaut mal her. Auch Mama Wutz trägt Mütze, Handschuhe und Schal. Das ist der schönste Schneemann, den ich je gesehen habe. Papa Wutz sieht recht verfroren aus. Er trägt weder Mütze, Schal noch Handschuhe. Hatschi! Papa, warum trägst du nicht Mütze, Handschuhe und deinen Schal? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich kann sie nirgendwo finden. Ich weiß wohl, wo Papas Mütze, Handschuhe und Schal sind. Mütze, Handschuhe und Schal von Papa Wutz trägt der Schneemann. Oh! Liest Papa Wutz zufällig die Karte? Ja, Papa Wutz liest die Karte. Und gerade ist er ein kleines bisschen grantig. Ich bin nicht grantig. Am einfachsten ist es, wenn ihr der Hauptstraße folgt, bis ihr dann endlich die Burg auf dem Hügel seht. Danke, Opa Wutz. Wir folgen der Straße und halten nach der Burg Ausschau. Sag ich doch. Schaut, ist das die Burg? Ja, das ist Burg Wetterstein. Komm schon, Auto. Komm schon, Auto. Das schaffst du doch. Hurra! Peppa und ihre Familie haben Burg Wetterstein erreicht. Boah, ist die aber hoch. Wir gehen rein. Die Aussicht von oben ist fantastisch. Boah, was für eine Aussicht. Mami, ist das Oma und Opas Haus? Ja, genau. Es ist so weit weg. Wollt ihr mal durchs Fernrohr schauen? Darf ich zuerst reinsehen? Und dann ist Schorsch an der Reihe. Boah. Durch das Ferndlas sieht alles viel größer aus. Ich sehe Oma und Opa. Guck, Schorsch. Oma Wutz! Opa Wutz! Schorsch winkt Oma und Opa Wutz. Dummer, Schorsch. Oma und Opa Wutz sind viel zu weit weg, um dich zu erkennen. Ich hab's. Wir rufen an. Hallo? Opa Wutz, wir sind auf Burg Wetterstein und sehen euch. Winkt uns mal. Oma und Opa Wutz winken uns. Ich mag Burg Wetterstein. Schorsch, du musst zurück. Du hast dich bewegt. Hab dich gewonnen. Ich war noch gar nicht so weit. Man darf aber losgehen, wann man will. Oder, Schorsch? Jetzt ist Chloe der schlaue Fuchs. Peppa und Schorsch müssen ganz stillstehen. Wääh. Peppa, du hast dich bewegt. Los, noch mal. Das ist gemein. Du guckst zu lange. Man darf aber genauso lange gucken, wie man will. Du musst zurück. Schorsch hat gewonnen. Können wir was anderes spielen? Ja, aber nur, wenn es kein Babyspiel ist. Genau. Wir spielen mein Lieblingsspiel. Willst du raten? Schorsch, hast du eine Ahnung, welches Spiel sie meint? Peppas Lieblingsspiel ist, durch Matschepfitzen zu hüpfen. Schorsch, wenn du im Matsch herum springst, musst du Gummistiefel anziehen. Ich hab auch ein paar Gummistiefel für dich, Chloe. Ich bin schon zu groß, um im Matsch rum zu hüpfen. Oh, genau wie ich. Schorsch liebt Matschepfitzen. Peppa ehrlich gesagt auch. Aber das mag sie nicht zugeben. Endlich mal wieder im Matsch rum hüpfen. Mama und Papa Wutz lieben Matschepfitzen. Sieht lustig aus. Ja, und wie. Das ist vielleicht ein Spiel, bei dem große Mädchen dringend mitmachen soll. Ja, das glaub ich auch. Ich komme. Ich komme. Peppa und Chloe lieben Matschepfitzen. Alle lieben Matschepfitzen. Auch große Mädchen. Du wirfst sie immer noch nicht hoch genug, Mama Wutz. Der nächste Pfannkuchen ist für dich, Papa Wutz. Dann zeig uns jetzt mal, wie man's richtig macht. Ganz köstlich. Schaut ihr auch alle her? Damit der Pfannkuchen richtig gut wird, wirft man ihn hoch in die Luft. Eins, zwei, drei. Hoppla. Dummer, Papa. Oh, vermutlich war das etwas zu hoch. Was für ein Pech. Das war der letzte Pfannkuchen. Kein Problem. Ich denke, das haben wir gleich. Oh je, Papa Wutz kommt nicht dran. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich weiß, wie wir ihn da runterholen. Kommt mit nach oben, Kinder. Vielen Dank. Was hat Mama Wutz vor? Ich zähl bis drei. Dann hüpfen wir genau hier, so fest es geht. Eins, zwei, drei. Hüpft. Was machen die da oben? Es hat geklappt. Papa Wutz hat seinen Pfannkuchen wieder. Papa hat einen Pfannkuchen auf dem Korb. Etwas Sirup, Papa Wutz. Ja, bitte. Bitte. Eins, zwei, drei. Hoppla. Einfach köstlich. Die Gräfin ist eine außergewöhnlich dornige Sorte. Um sie zurückzuschneiden, fangen sie mit dem Kopf an und knipsen dann die Schösslinge ab. Oma Wutz? Peppa, Schorsch, ihr solltet doch längst schlafen. Schorsch und ich sind aber nicht müde. Können wir noch mit euch fernsehen? Tja, vielleicht macht euch ein kleines bisschen Fernsehen schläfrig. Hurra! Die Islandrose ist ein seltenes Vergnügen für den Gartenkünstler. Sie neigt dazu, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Oh, das Programm ist aber öde. Oh, Opa Wutz, weißt du noch das Spiel, wo du uns ganz hoch in die Luft drauf wirfst? Oh ja, aber jeder nur einmal. Hui! Ich glaube, du bist bald schon zu groß. Jetzt ist aber Schorschie dran. Hui! Nochmal. Hui! Höra, höra! Hui! Jetzt muss Opa Wutz sich auch mal ausruhen. Ich hab's. Oma Wutz, wir spielen Fang. Fang. Äh. Du bist. Fang uns doch, wenn du kannst. Kriegst mich nicht. Gleich hab ich dich aber. Spät in der Nacht kommen Mama und Papa Wutz nach Hause. Ich hoffe, unsere Kleinen schlafen süß. Hallo. Jemand zu Hause? Da schlafen nicht nur die kleinen Schweinchen, sondern auch die großen. Ho, 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 ho. Peppa und Schorsch mögen Matschepfützen so gern. Komm mit, Schorsch. Wir zeigen Papa, wie wir aussehen. Du lieber Himmel. Papa, Papa, rat mal, was wir gemacht haben. Lass mich überlegen. Habt ihr Fernsehen geschaut? Nein, nein, Papa. Habt ihr etwa gebadet? Nein, nein. Ah, ich weiß. Ihr springt durch die Matschepfütze. Ja, ja, Papa. Wir springen durch die Matschepfütze. Ho, ho. Schaut mal, wie ihr ausseht. Oh. Nicht schlimm. Ist ja nur Matsch. Wir machen es schnell weg, bevor Mami euch sieht. Papa, wenn wir sauber sind, gehst du und Mama dann mit uns nach draußen? Ja, wir spielen alle im Garten. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Mama und Papa tragen auch Gummistiefel. Peppa und Schorsch lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Oh, Papa Wutz. Was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Schorsch, weiß das doch nicht. Der Detektiv könnte versuchen zu erraten, wo Sausia steckt. Ich hab's. Ich weiß, wo er ist. Schorsch nimmt seinen Dinosaurier immer mit ins Badezimmer. Also ist der Dinosaurier in der Wanne. Aber im Bad ist er nicht. Oh. Ach so, ich weiß. Ich weiß, wo Sausia steckt. Schorsch würde niemals ohne seinen Dinosaurier schlafen gehen. Also kann er nur im Bett sein. Aber im Bett ist er auch nicht. Oh. Vielleicht sollten wir im Garten nachsehen. Ja, im Garten. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist bloß Sausia? Der Dinosaurier ist wirklich schwer zu finden. Sausia ist futsch. Ich geb's auf. Schorsch, du spielst doch so gerne fliegender Sausia. Vielleicht flog dein Sausia dieses Mal ein bisschen zu hoch. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn zuerst gesehen. Gut gemacht, Peppa. Du bist wirklich eine gute Detektivin. Saurier. Schorsch ist so froh, dass er seinen Saurier wieder hat. Hui. Fliegender Sausia sollte man tunlichst nicht unter Bäumen spielen. Saurier. An der Kranke. Schorsch. Peppa und Luzi spielen gern Krankenhaus. Schorsch auch. Peppa horcht an seiner Brust. Nun, Schorsch, tief einatmen und husten. Ich glaube, dein Herz ist verrutscht. Ich mach mal ein Pflaster drauf. Mal weit aufmachen. Luzi misst bei Schorsch Fieber. Oh je, das ist aber sehr hoch. Du musst im Bett bleiben, mindestens drei Jahre. Papa Wutz will nach Schorsch sehen. Oh nein, was ist denn mit Schorsch los? Keine Bange, Papa, wir spielen nur. Schorsch ist unser Patient. Oh, verstehe. Darf der Patient Besuch empfangen? Aber nur ganz kurz. Er ist doch zu schwach. Kekse! Ja, die sind für Schorsch. Mit dieser Medizin geht's ihm bald besser. Ähm, Verzeihung, Doktor. Da brummt was. Ich hab nen schlimmen Bauch. Das kitzelt. Ich kann ihn rumpeln hören. Es ist nur Hunger, Papa. Dann brauch ich wohl auch Kekse, damit es mir bald besser geht. Und ich. Und ich. Und ich. Mäh. Hallo. Hallo. Mit Polly Piepmatz zu spielen, macht Peppa und Schorsch einen Riesenspaß. Ich bin Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Schorsch, sag etwas. Peppa und Schorsch tun so, als wären sie Papageien. Ich bin Polly Piepmatz. Ich bin Polly Piepmatz. Peppa überlegt, was sie Polly sonst noch beibringen könnte. Ich bin ein Plapper-Papagei. Ich bin ein Plapper-Papagei. Peppa, Schorsch, na spielt ihr denn schön mit Polly? Ja, Oma. Polly ist so ein Liebervogel. Ja, Oma. Ich bin ein braves Mädchen. Ich bin ein Plapper-Papagei. Ich bin ein Plapper-Papagei. Du meine Güte. Ich bin ein Plapper-Papagei. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte noch mal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Oh je. Peppa wird Schorsch sofort finden. Fünf. Schorsch, schnell hier rüber. Zien. Acht. Neun. Zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Oh. Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist. Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb. Oh. Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oh je. Wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an. Ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Hi. Schorsch, hab dich. Oh Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Ich könnte ihm eine Blume vormalen. Schorsch, heute werde ich dir beibringen, wie man eine Blume malt. Zuerst malst du mal einen Kreis. Nein, Schorsch, das ist die falsche Farbe. Nun malst du die Blütenblätter. Schorsch, so geht das nicht. Nun den Stiel und die Blätter. Sehr gut. Schorsch, du hast gar nicht zugehört. Na, was haben wir hier? Ein buntes Blümelein. Das ist sehr gut, Peppa. Und Schorsch hat einen Dinosaurier gemalt. Saurier. Späte. Ich finde, die Bilder von Peppa und Schorsch sollten wir an die Wand hängen. Hurra! Peppa, du kannst wirklich stolz auf deine kleine Bruder sein. Ja, bin ich auch. Der Kindergarten ist zu Ende und die Eltern holen die Kinder ab. Kann Schorsch denn wohl wiederkommen? Ja, und er kann uns noch ein anderes schönes Bild malen. Und was malst du beim nächsten Mal, Schorsch? Saurier. Ein anderes Dinosaurier-Bild. Vielleicht kannst du uns da mal zeigen, wie man Dinosaurier malt. Spitze. Ja, spitze. Spitze. Hurra, Papa! Ja, ich bin halt Experte in diesen Dingen. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette? ? Da. Jen. Yippee! Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Was ist denn da oben los? Wie ich sehe, läuft der Computer wieder. Wie ich sehe, läuft der Computer wieder. Peppa möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Ich hab den Ball. Peppa ist nun das Schweinchen in der Mitte. Schorsch, fang! Hurra! Hab ihn! Schorsch, du bist das Schweinchen. Schorsch, fang! Fang den Ball, Schorsch! Fang, Schorsch! Schorsch, fang! Hier ist der Ball, Schorsch. Schorsch! Oje! Peppa, du sollst Schorsch nicht so ärgern. Entschuldigung, Schorsch. Na, was macht ihr Schönes? Papa, Schorsch kann leider noch nicht Schweinchen in der Mitte spielen. Oh, ich bin sicher, er schafft es. Tut er eben gar nicht, Papa. Guck! Fang ihn, Schorsch! Hurra! Das ist unfair. Ist es nicht. Ich habe Schorsch nur etwas geholfen. Mama, kannst du mir auch etwas helfen? Aber natürlich, Peppa. Wirf her, Schorsch! Fang doch, Schorsch! Peppa spielt gerne Ball. Schorsch spielt auch gerne Ball. Alle spielen gerne Ball. Schorsch, pass auf, dass du hier nichts umstößt. Guck! Das ist nicht lustig. Peppa sucht unter den Kopfkissen. Aber da ist Papas Brille nicht. Oh. Schorsch sucht in Papas Hausschuhen. Aber da ist Papas Brille auch nicht. Lass uns im Bad nachschauen. Peppa und Schorsch suchen im Badezimmer. Die Brille ist nicht in der Badewanne. Oh. Und in der Toilette auch nicht. Oh. Die Brille ist futsch. Peppa und Schorsch können Papas Brille nirgendwo finden. Wir haben alles durchsucht. Uns fällt nichts mehr ein, wo sie noch sein könnte. Oh je. Was sollen wir jetzt tun? Ich muss dann wohl in Zukunft ohne sie auskommen. Ich werde sehr vorsichtig laufen müssen. Da ist sie. Papas Brille. Papa Wutz. Du hast die ganze Zeit drauf gesessen. Oh. Schusselpapi. Wo kommt die denn plötzlich her? Tja, das frage ich mich auch. Du magst schusselig gewesen sein, Papa Wutz. Aber dafür bist du nicht mehr grantig. Ich war doch gar nicht grantig. Ich wollte doch Erdbeeren. Jetzt. Keine Sorge, Peppa. Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein. Und dann essen wir Erdbeeren. Genau. Komm schon, Peppa. Bis bald, Opa. Bis bald, Erdbeeren. Opa Wutz sorgt für Peppas Erdbeerpflanze. Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen. Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer. Bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht. Erdbeeren. Opa, wir sind wieder da. Peppa und Schorsch sind sehr gespannt. Opa, Opa, ist schon was rausgekommen? Ja. Seht doch. Oh. Erdbeeren. Danke, Opa. Opa. Opa, können wir noch was pflanzen? Ja. Diesmal darf Schorsch sich was aussuchen. Ja, du suchst aus. Sag Karotten. Opa, ich glaube, Schorsch möchte Karotten. Schorsch, würdest du gern Karotten pflanzen? Nein. Was möchtest du denn sonst? Schorsch hat sich überlegt, was er anpflanzen will. Sousia. Schorsch will einen Dinosaurierbaum anpflanzen. Dummer, Schorsch. Sousia wachsen doch nicht an Bäumen. Sousia. Wedelst du so mit den Armen und streckst die Zunge raus. Und jetzt schließ die Augen und dreh dich dreimal schnell im Kreis. Peppers neue Anti-Schluckauf-Kur wirkt auch nicht. Schorsch hat noch immer Schluckauf. Ich hab's. Schluckauf geht vorbei. Wenn man das kranke Schweinchen erschreckt. Schorsch, ich werde dich jetzt erschrecken. Aber vergiss nicht. Es ist nur ein Spiel. Und es wird deinen Schluckauf heilen. Vergiss nicht. Ich tue nur so, als ob ich schreie. Peppers. Mach nicht so wilde Spiele mit Schorsch. Er ist noch klein. Tut mir leid, Mama. Ich wollte nur, dass dein Schluckauf weggeht. Der Schluckauf ist weg. Hier kommt Papa Wutz mit zwei Bechern Saft. Schorsch, du sollst nicht so schnell trinken. Sonst hast du gleich wieder Schluckauf. Ich bin nicht so klein wie Schorsch. Ich kann meinen Saft so schnell trinken, wie ich will. because ich empfanas. Vielleicht wollen Sie ein bisschen weiterrund. Und ich bin nicht so nett, wie ich war. Untertitelung des ZDF, 2020